Ich weiß es auch nicht, ich verstehe das alles nicht. Was machen wir denn jetzt? Als IT ist es auf jeden Fall tot, das war Jan. Aber, aber, wer ist der andere? Joschi, geh weg von mir! Wir liegen immer mehr leicht. Joschi! Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge TTT. Mit dabei ist wie immer der Joschi. Hallo! Die Schiri. Die Schiri? Die Schiri ist schon tot. Der Dams, der Feuerherz, der Jan, der Magdutz, und Alive. Was geht denn hier ab? Die Schiri mag nicht spielen. Was haben wir denn hier Schönes? Ich hätte gerne... Dann nehmen wir den doch mal. Drei, zwei, eins, random event! Keine Explosionsschaden, das ist schön. Oh, interessant. Als, als Dete finde ich das sehr gut. Irgendwer ist gerade gestorben. What? Das war nicht Ereign, das war nicht Moller, und ihr seht alle wie Bankräuber aus. Ja, das ist ja cool. Ich lebe noch. Oh, das ist mein Geld. Oh, das ist mein Geld. Was ist das denn für eine geile Waffe? Unidentified body. Ich will Geld. Alter, ohne Spaß. Joschi, du musst mal hier runterkommen. Confirma, bitte. Soll ich machen? Okay. Oh, mein Gott, der Alarm ist umgegangen. Wo ist der böse Wicht? Wo müssen wir runter? Ah, da ist ein anderer Waffe. Oh, ja, Walter. Nein, Walter. Der Walter. Ich warte Walter. Nimm alles mit, Leute. Nimm alles mit. Häng fest. Okay, ich nehm die Tasse hier mit. Ah, doch nicht. Okay, ich nehm sie nicht. Ja, die Tasse. Oh nein, viel besser. Eine fucking Schildkröte. Die Schildkrötis. Kein Explosionsschaden. Mein Allah. Dann kann ich ja mit dem Fahrstuhl runterfahren. Nein, schon wer ist nicht mit Explosionen überrascht. Hä? Ich will ja eigentlich nicht alle von mir. Hä? Ich will immer gucken. Ach, verdammt, ich hab was vergessen. To-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, das war ich jetzt. Oh. Okay. Was ist passiert? Blitz und Donner. Was gibt, was ist da? Oh, warum leuchtet? Oh, Jan, du hast schon aufgemacht? Hä? Was ist passiert? Schiri hat mal kurz nen Wechsel gemacht. Jan! Jan 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 Schiri hat ein time out. Achso. Deswegen. Ich glaube es ist Jan. Jan, ist es? Ich glaube ja. Ja. Okay. Was ist passiert hier? Jemand schießt auf mich. Ich weiß nicht wer. Was ist geschehen? Magnus, was passiert hier? Magnus, warte auf mich. Ich wollte doch nur ein bisschen Geld. Ich wollte doch mein Auto abbezahlen. Was soll denn das? Schon wieder? Wieder ein Erdbeben. Ich glaube es ist Gewitter. Oh Mann. Es tut mir so leid. Wo sind sie? Warum liegen hier immer leid? Hallo Leif. Äh, Jan ist weg. Ich habe Jan aus Versehen getötet. Hä? Hä, Yoshi? Yoshi, geh weg. Was heißt aus Versehen? Hä, wo kommt ihr alle her? Ihr werdet aus Versehen? Was? Alive hat ihn aus Versehen getötet. Ja, weil vorhin... Und Josch ist wieder da. Warum ist Josch wieder da? Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe das alles nicht. Vorhin war da irgendwas mit Jan gewesen. Und da habe ich halt Jan gesehen und habe vielleicht umgeschossen. Magnus, Magnus. Ich kann ihm keinem außer dir vertrauen. Ich verstehe das. Ich verstehe das jetzt auch nicht. Ich bin eindeutig verwirrt. Alive, geh weg. Sag mal, habe ich gerade so eine ekehafte Internetverbindung? Ne, das hatte ich auch mal vorhin. Jan war... Jan war... Na? Ha? Yoshi? Okay. Josch, wenn du lebst, sag was. Ach, verdammt. Wenn er... Ich lege mich hin, glaube ich, die ganze Zeit zum anderen. Das stimmt. Ach, stimmt. Verdammt. Ja, verflucht. Das heißt, ich weiß nicht, ob der echte ist oder nicht der echte. Was machen wir denn jetzt? Als IT ist er auf jeden Fall tot. Das war Jan. Aber... Aber... Wer ist der andere? Ah, ich weiß es nicht. Hm. Mein Gott. Kann Jan seinen Tod noch faken? Das ist... Ne, ne. Das hätte ihn, glaube ich, nicht confirm können. Jim, dann... Dann geht es nicht. Das ist eine Methode von ihm, aber... Aber, Mann. Ich weiß es nicht. Ich vertraue irgendwie... Vertraue ich hier niemanden mehr. Ich vertraue nur dir. Ich möchte es, wie gesagt, halt mal... Da. Schon wieder! Ich finde, Josch, der hier rumläuft sehr verdächtig. Ja. Aber, Moment. Warte mal, wenn... Moment. Aber... Ich finde dich immer noch verdächtig. Ja, Josch, ich rede mit dir. Auch wenn du nichts sagen kannst. Joschi, geh weg von mir! Wir liegen immer mehr Leif. Joschi! Der Leif ist jetzt auch noch tot. Hä? Wie, hä? Bin ich jetzt alleine? Molla, lebst du noch? Molla? Da! Was ist mit euch? Los! Ihr fragt noch... Ihr... Ihr fragt noch nach! Ihr fragt noch nach! Danach schießt er mich! Und dann, ja... Ihr fragt noch nach! Josch, lebst du? Ja, du... Ich hab mich konzentriert und extra nicht mehr gelacht, obwohl das wirklich lustig war mit dem... Mit dem Scheiß... Ja, aber man darf ja nichts sagen, wenn man sich wiederbelebt. Doch! Als Dete darfst du immer reden! Ach so! Ja, das wusste ich auch nicht! Als Dete... Als Dete und als T darfst du immer reden! Für mich war das jetzt... Für mich war alle Innocents... Also auch der Dete, weil der ist ja im Endeffekt auch im Innocent. Du darfst nur... Du darfst nur als Inno nicht reden, wenn du defibrilliert wurdest. Oder als Dete, wenn du defibrilliert wurdest. Wenn du instant wiederbelebt wirst. Ach so! Irgendwas! Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Dass es vielleicht irgendeiner wiederbelebt hat. Also irgendeinen Tee vielleicht. Just for fun! Ja, ja! Das würde ja auch ein Lachflash erklären, sag ich ganz ehrlich. Ne... Ne... Den Lachflash... Wenn ihr sterbt... Spielt man halt den Bällen! Ja, ich hab schon gemerkt... Ich war alleine zu spät dran! Ja, ja... Es war verwirrt, weil ihr die ganze Zeit noch teilweise auch gelabert habt. Ja, es ist... Aua, 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 aua... Was war das? Ich dachte... Es war halt jetzt wirklich... Ja... Keine Ahnung... Er war offiziell schon tot. Dann hat er aber noch geredet und ist danach rumgelaufen. Du hast ja tatsächlich Dumps damit noch tatten Wild-Unikaten gespielt. Das kommt mir bekannt vor. Mit Shiri. Wo Dumps sich als Shiri disguised hat. Und Shiri genau in dem Moment immer geredet hat. Schieß doch nicht auf mich! Und genau dann schießt Dumps als Shiri disguised auf mich. Und ich so... Was? Ich hab doch gar nichts getan! Ach, die Folge war sa... War scheiße. Das war echt geil. Ich wollte auch gar nicht mit Disguise sein zu. Ich hab dir das Messer gesucht, weil ich dachte, die wissen ja, dass du tot bist. Dann dachte ich, die schießen direkt auf mich. Aber irgendwie... Das ist das Problem bei halt. Ich hab sogar gesehen, dass du ein Messer in der Hand hast. Aber ich weiß halt nicht, ob der Dete auch ein Messer-Item hat. Nee. Deswegen hab ich... Nee, ich hab's erst am Ende gesehen und dann hatte ich einen Leck, als ich ihn abschießen wollte. Nee, er hatte sich mit dem Eis-Knife... Und dann... Ach so! Ach so! Dann bist du gefreezed. Ah, Arthur. Dann kannst du dich nicht bewegen. Ah. Nee, das kann ich nur sagen. Ich hab das schön Wetter in der Live gesehen. Oh, Alive! Das war sehr verwirrend. Aber wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich jetzt, wie ich so etwas aufklären kann. Weil du warst immer noch als Confirmed Dead. Magnutz? Ja, ich war. Aber ich glaub, wenn du wiederbelebt wirst, bist du ja nicht mehr Confirmed Dead. Nee, nee, nee. Magnutz, Freund oder Fall? Ich bin gerade Freund. Ich bin Feind. Nein, Spaß. Okay, Schiri. Hallo, Schiri. Nein! Wo ist Schiri? Schiri ist Tee. Ich wette um... Keine Ahnung, ich hab nichts. Ja, keine Ahnung. Wette gerne um eine neue PS4 drum, ja? Ja, einer. Hörst du doch! Hörst du doch! Nein! Hör auf! Ich bin nicht Tee! Ich wär froh, wenn ich mir einen Schaltkreis von der PS4 leisten könnte. Oh, das sehe ich wirklich. Ah! Alive! Alive! Komm, setz dich an den Tisch! Oh! Ah! Ah! Yoshi! Warum? Ah! 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 Du springst ein bisschen komisch bei mir rum. Ja, ja, ich hab richtig eke auf die Internetverbindung gewonnen. Ach, Alive, das sagst du. 200er Bing? Sie hatte grad ein 500er. Ich hatte mal 1000er. Es donnert schon wieder. Ich hab Angst. Ich denke, das ist ein Friendship irgendwo. Au! Au! Das hat mich gerade getroffen. Hä? Weil du dich überall rumleckst, Alter. Ja, das ist schlimm gerade. Ich weiß. Aber das ist doch kein Grund, sie abzuschießen. Alive, Alive. Magnus ist tot. Magnus ist tot. Wo ist Magnus? Magnus ist hier hinten gestorben. Hier, da. Hinten musst du durch die Tür gehen. Da ist er. Alive ist... Hey, hinten im Gang. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich vertraue euch nicht. Ich wünschte, ich könnte euch vertrauen. Take a party here, juhu. Wurz mit einem bloody knife gemacht. Oh, hinter dir, hinter dir. Wer war's denn? Jan, 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 Jan. Wo ist Jan? Wo ist Jan? Hä? Hä? Easy. The fuck? Na ja, nicht wirklich. Okay. Das ist Schiri, okay. Wo ist Jan? Nein. Jan hat's nicht. Jan lebt. Jan lebt, Jan lebt, Jan lebt, Jan lebt. Jan lebt, Jan lebt. Wo ist Jan? Ähm. Hallo. Ich weiß nicht, irgendwo wo du schießt. Ja, ich hab auch Schüsse, aber ich weiß nicht wo. Wer ist das hier? Oh, hier ist Blut. Jan lebt. Jan lebt gut. Okay, ja. Nein. Was tut ihr? Schiri? Ja? Wollen wir Freunde sein? Das ist ja Jan. Ja. Wo ist der? Also sind wir Freunde. Ja, wir sind Freunde. Oh ja. Wir sind alle drei Freunde. Ja. 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 So, aber... Warte mal. Wo ist er denn jetzt? Wir leben doch noch. Oh, das Jan, das Jan, das Jan, das Jan. Ah, will ich ich? Was ist das? Äh. Okay. Warte mal. Jan war hier hinten. Oh, Josh ist wieder tot. Was ist dein Wunder? Ja, das wird sehr klar. Sonst hätte man ihn schon längst gehört. Naja, er darf nicht reden, wenn ich ihn wiederbelebe. Naja, stimmt. Oh, da ist jemand langgelaufen. Da ist jemand langgelaufen. Und den Mauer da? Das glaube ich... Er ist glaube ich draußen. Ja, er ist da! Wo draußen? Mann! Jetzt hat er. Dossi, nice! Mann, ey. Wer war das andere? Wo tun die Leute unter? Also ich hab... Jeder verrückte auf wer hat's drauf geschossen, hab ich die ganze Zeit zurückgelegt, ja? Also... Ja, aber das letzte, was ich von Jan gesehen hab, war, dass er richtig unten war. Und ich wollte gerade UG an die Wand hauen. Und nochmal schießt er mich von der Seite ab. Ich hab auch gesehen. Oh, guck mal da. Oh, das ist so schwer, ey. Die Tür geht nicht auf. Na, Spaß. Mann! Kann ich mir die andere haben. Kann man eigentlich auch ein Fenster... Ja, Shiri, 600. Also läuft bei dir. Oh, ihr wechselt euch ab. Oh, 700. 800. Oh, wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Und... Oh, 850. Der Pink-Schellenstab ist da. Jaaa! Ich hab endlich irgendwann... Was haben wir denn hier? Was bist du? Ich habe ne... Ich will eine Waffe... Ah, ne Waffe... Es raucht und dampft... Ich will Waffe... Das Dumps... Hä? Wo? Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Weiter geradeaus laufen. Immer schön geradeaus laufen. Danke. Jan, das ist unsere Runde, hab ich das Gefühl, ne? TMP? Was ist das dann? Ah! Ich hab auch gesehen, äh... Ich hab vorhin Dumps einfach mit getötet. Da zu unten reingegangen. Was du das? Ich weiß nicht genau wie. Der stand halt... Holzfeuer. Ich nehm mal an, dass irgendwann ein Schuss... Tafel ist dann zu seinem Tod. Ah! Hilfe! Hilfe! Oh! Einbruch! 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 Joshi! Ja, ich bin auch Dete. Ich darf das? Dann lass auf den Grund gehen. Warum ist das so wie es ist? Einbruch! Nein! Komm, hola! Wir machen jetzt was. Nein! Nein! Das gefällt mir gar nicht, wenn du das sagst. Oh! Was soll das denn hier? Dumps, auf! Schiri, hall. Hall! Ich tanze um dich herum. Oh! Das was das? Das gewittert schon wieder. Wollen wir mal was lustiges machen? Ich gucke doch die Definition von lustig an. Hier ist auch noch so ein Huhn. Ich will auch was lustiges machen, muss sein ja. Der Chef ist super. Schiri, hörst du dir auf die Kamera abzuschießen? Er heißt Mr. Cock. What? Hä, Hilfe? Ja, die suche ich auch gerade. Ich wollte dem Date was damit zeigen. Was komisches Grünes? Ja, das ist die Grünes. Wo ist der Backen? Die Schiri hat die gerade kaputt gemacht. Nein! Kann man nicht kaputt sein, ich hab sie. Der Moller hat's. Was macht man damit? Moller, wir gehen jetzt zusammen in den Keller. Die schiebst du dir jetzt in den Hintergrund. Komm mit, komm mit, komm mit. Okay, ich kann deinen Namen nicht gerade nicht lesen. Wo bist du? Ich lauf einfach nach. Wir gehen jetzt in den Keller, dann zeig ich euch was ganz tolles. Nein, nein, ich möchte Moller was allein zu zeigen. Oh, ich will's aber auch sehen. Ja, dann komm bitte. Du siehst es dann. Vielleicht. Verspätet. Komm alle, wir gehen außen. Am Ende sind wir Traitor. Ich bin Date. Es ist ein Traitor-Item. Ey, ähm. The life is tot. Aha. Ah, 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 ah. Nicht alive, nicht alive. Okay. Mach Spaß. Guck ganz drauf, hinter dir noch jemand ist. Okay. Oh, was ist das für ein Boden? The fuck. Existina. Mir gefällt es nicht, wo du mich hinführst. Es ist so dunkel hier. Ich will nicht ins Ghetto. Oh nein. Die anderen sollten sich nochmal verpieseln da. Aber wo denn? Oh, da sind Pater. Okay. Da. The fuck. Karte, hier rein. Oh Gott, was passiert jetzt? Ich hab Angst. Beschütz mich. Ja, wir beschützen dich. Okay. Dams, du bist mein Schottschild. Ja. Hinter dir, hinter dir. Ah! Es ist ein Jan. Ja, ich, 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 ich. So, du gehst jetzt an das Terminal da vorne. Ja. Okay, tu das. Und dann? Nicht du, der andere. Wo ist der? Dete. Rest raus, Rest raus. Was? Dete. Dran und E gedrückt halten. Was? E gedrückt halten? Raus, 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 raus. Schnell, 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 schnell. Es passiert gar nichts. Au. 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 Es passiert aber nichts. Press Endicke. Musst du nicht irgendwas drücken? Also ich kann, also ich bin kein Team. Vielleicht ein anderer. Oh. Ich hab meine Waffe gefunden. Okay. Dann mach du das mal. Nee, ich bin kein Team. Weil mir passiert aber auch nichts. Warte mal. Ich probier mal durch. Ins Combo. Nee. Oh mein Gott, ja. Ich war das. Ich war das. Ich war das nicht. Ich hab mich schrottet. Ah. Das war echt. Da lag ne Katze im Regal. Tut mir leid. Falsche Waffe. Was liegen denn überhaupt hier für Waffen? Da fuck? Wo ist der Honey Badger? Was das denn? Oben bringen sich alle um. Da fuck? Wo ist der Honey Badger? Also Magnus ist tot. Würde ich mal behaupten. Also es muss doch irgendwie gehen. Könnte auch sein, dass das Magnus ist so süß. Jan, warum geht das nicht? Ich bleib hier. Ich mag aus dem, bringe ich ihn um. Ich mag aus dem, bringe ich ihn um. Ich mag ihn für uns. Hm. Komm, wir warten. Ich bleib mal da. Okay. Die Overtime dürfte auch eigentlich langsam vorbei sein. Ja, eigentlich schon. Ach bei ja, ich geb's auf. Ich geb's wieder an. Also ich hab in der Beschreibung halt gesehen, dass du da als Dete oder als Tee den Credit holen kannst. Aber die Frage ist, welche Taste man dafür braucht. Euer Herz? Warum bist du low? Ich bin low. Low. Oh. Hab sie. Okay. Dem Tier haben wir jetzt weitere 30 Sekunden gegeben. Das ist jetzt auch nicht der Tollste. Hier ist ein Fahrstuhl. Also ist es in meinen Augen Schiri oder Jan? Okay. Schiri oder Jan, ja. Okay. Ich könnte aber auch Dampf sein. Ich könnte natürlich auch sein, aber... Wer ist es denn nun? Aber argumentieren wir doch mal sinnvoll. Kann es wirklich ich sein, wenn die Oma so lange geht? Nee, ich glaub auch, dass es Schiri ist. Hm. Schiri ist immer so ein Tee, die lässt sich Zeit. Die Katze hat übrigens jemanden getötet. Dann ist es ziemlich cool. Feuerheitswahl ist, war es übrigens ein... Magnus ist disconnected? Nee, ist er nicht. Wo ist er denn? Ach, er hat uns ist tot. Jan, Dampf, ok. Ich hab gerade aber grad kurz verwirrt, weil ich seinen Namen nicht gesehen hab. Oben in der Liste von den lebenden Leuten. Gebt mir die Karte wiederhaben. Gebt mir die Karte. Es wär cool, wenn man die rausziehen könnte und dann werden die Leute eingesperrt. Ja, die werden ja eingesperrt. Ah, die Enners haben gewonnen. Und wer war's? Ah, ich war's. Ich hab euch nicht gefunden. Ah, war's gut. Ach so. Ähm. Gut. Genau, das ist meine Abbot. Und ich würde sagen, wenn's... Wenn's euch gefallen hat, dann schaut mal bei den anderen vorbei. Die haben auch teils wundervolle Videos. Moller springen! Mach meta, Junge! Ich will nicht wieder den Ladescreen haben. Okay, dann... Tschüss! 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 Ja.